Hier ist meine Pferdasse. Dann machen wir natürlich eine kleine Pferdkiste, das wir kippen und auf die Püste. Und das wir kippen und die Pferdkiste. Wir sehen dann wie es ist. Ich nehme rein und wir wirken, die wirkern, für diesen Senf, das ist eine Wildsache. Die sind die einfach in Pferdschmerz. Hier ist eine Milchstammel. Die Dürrünge selber gemacht wird. Wenn es sich eingedünstet wird. So, ich habe jetzt was. Ich bin gleich. Ich bin auf die Tür. Ich bin auf die Röder. Und auf meinen Teller. Ich bin auf die Tür. Na gut, also alles ist so. Ich bin ein bisschen klein zu lassen. Ich bin hier auf der Seite.